Willkommen in der spannenden Welt der Wirtschaft. Kommen Sie zu uns und werden Sie ein Teil unserer Welt. Mein Name ist Georg Petek-Zmolnig und ich bin Leiter der Personalabteilung in der Wirtschaftskammer Österreich. Wir suchen junge, kompetente und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereit sind, sich ganz besonders für die Interessen der österreichischen Wirtschaft einzusetzen. Wir arbeiten an Gesetzen mit, wir entwickeln Gesetze. Wir machen Interessenvertretung, Wirtschaftsförderung und beraten unsere Mitglieder. Wir haben eine weltumspannende Außenwirtschaftsorganisation. Man fängt als junger Trainee an und kann sich zum Handelsdelegierten entwickeln. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der WKO sehr wichtig. Deshalb sind wir familienfreundlich, fördern Aus- und Weiterbildung und die Gesundheitsvorsorge. Kompetent, sympathisch und begeisternd.